22. August 2006 Mutter Gottes Meine Kinder, ich bin eure Mutter und Königin. Ich führe euch mit mütterlicher Liebe und schütze euch als Königin mit meiner Macht. Nehmt meine Hilfe als Mutter und Königin an. Ich möchte, dass ihr erkennt und versteht, welch großes Geschenk des guten Gottes es für euch ist, dass ihr dem Christkönig dienen und unter der Führung eurer himmlischen Mutter und Königin leben könnt. Ich erteile euch eurer Heimat und der ganzen Menschheit durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens als Mutter und Königin meinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erzengel Michael Denkt nicht, dass das Königtum oder die Königin bereits der Vergangenheit angehören, als ob sie euch in der modernen Welt nicht viel bedeuten könnten. Ihr könnt zu Jüngern, Nachfolgern, Dienen und sogar zu Brüdern und Schwestern des Christkönigs werden. Doch ihr seid zugleich auch Kinder der heiligen Jungfrau Maria in ihrer Eigenschaft als Königin. Diese Möglichkeit ist euch gegeben. Es hängt von eurer Entscheidung ab, wie ihr euch zu Jesus und zur Mutter Gottes verhaltet. Große Gnaden und viel Segen sind darin verborgen, wenn jemand die heilige Jungfrau Maria als seine Mutter und Königin annimmt und sich zu ihr auch entsprechend verhält. Dient mit kindlicher Liebe, eure Königin und Mutter, deren höchstes Verlangen es ist, euch immer näher zu ihrem göttlichen Sohn zu führen. Königin der Barmherzigkeit, Königin Deutschlands, Bitte für uns, arme Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Königin Deutschland, Königin der Barmherzigkeit, bitte für Deutschland und Deutschlands Klöster. Amen. Gelubtse Jézus Christus in Ewigkeit. Amen.